Wir sind mit uns selbst mitfühlend, wenn wir in der Lage sind, alle Teile von uns selbst zu umarmen. Das heißt, die Bedürfnisse und Werte zu erkennen, die von jedem Teil ausgedrückt werden. Marshall Rosenberg Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass Sie das siebte Türchen im Adventskalender hier geöffnet haben und wünsche Ihnen einen ganz schönen siebten Advent. Hier möchte ich Ihnen einige Anregungen geben für die Adventszeit zum Thema gewaltfreie Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und zum Motto innerer Frieden und äußerer Frieden. Das finde ich eigentlich ein angemessenes Motto im Advent und wahrscheinlich umso mehr gerade in dieser Zeit im Jahr 2022. Daher dieses, finde ich, sehr schöne Zitat von Marshall Rosenberg. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Und danach ein paar Gedanken von mir dazu. Wir sind mit uns selbst mitfühlend, wenn wir in der Lage sind, alle Teile von uns selbst zu umarmen. Das heißt, die Bedürfnisse und Werte zu erkennen, die von jedem Teil ausgedrückt werden. Marshall Rosenberg war ja sehr klar in seiner Arbeit und auch Intention, dass wir Gewalt in jeder Hinsicht nur verringern können, wenn wir von innen nach außen arbeiten. Das heißt, wenn wir erstmal uns selbst betrachten, auch durchaus kritisch betrachten, wie wir mit uns selbst umgehen, weil wir natürlich so auch mit anderen Menschen umgehen. Und nun ist es ja leider so, dass wenn wir unzufrieden mit uns sind, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir häufig uns selbst sehr viel härter verurteilen, als wir das jemals mit jemand anderem in unserem Umfeld tun würden. Also wir gehen mit uns selbst sehr häufig nicht sehr milde oder gar gewaltfrei um. Und dieses Zitat von Marshall Rosenberg will uns dahingehend aufmerksam machen, dass Gewaltfreiheit bedeutet, dass wir alle Teile und Intentionen in uns verstehen und eben vor allen Dingen im Hinblick darauf verstehen, welche Bedürfnisse wollen sich denn erfüllen, haben sich erfüllt oder welche bleiben auch unerfüllt, wenn wir Fehler gemacht haben. Also wie mitfühlend gehen wir mit uns um. Und das können wir natürlich überprüfen in verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel, wenn Sie unzufrieden mit sich selbst sind. Also ich war gerade in den letzten Wochen, Monaten häufig unzufrieden mit mir, weil ich irgendwie manchmal nicht so motiviert war für die Arbeit und dann bewerte ich mich selbst gern schnell als faul und undiszipliniert. Mache ich also auch. Und dann hilft es natürlich wenig, mich dafür zu verurteilen oder noch härter zu verurteilen, weil ich habe gemerkt, das motiviert mich überhaupt nicht. Und das ist natürlich auch die richtige Einsicht hinter diesem Zitat. Wir werden nicht motiviert, indem wir uns noch mehr Gewalt antun, genauso wenig, wie wir meistens andere Menschen sinnvoll motivieren, indem wir sie verurteilen oder ihnen Gewalt androhen. Und jetzt mal genauer hinzuschauen, welche Bedürfnisse stecken denn hinter meinen inneren Impulsen. Und vereinfacht kann man ja sagen, wir haben einen inneren Entscheider und wir haben so etwas wie einen inneren Richter, der dann diese Entscheidung oder Tat be- und häufig verurteilt. Und beide sind sinnvoll und wir können lernen, beide im Hinblick auf ihre Bedürfnisse zu verstehen. So in meinem Fall mit meiner Faulheit ist es natürlich relativ einfach. Also hinter meiner Entscheidung, nicht motiviert zu sein, in Anziehungszeichen faul zu bleiben, lieber auf dem Sofa liegen zu bleiben, statt zu arbeiten, noch einen Podcast aufzunehmen. Was steckt da für ein Bedürfnis dahinter? Es ist immer gut, die Gefühle erstmal wahrzunehmen. Da ist eine Demotivation, da ist eine Ermüdung und ein Wunsch, mich ein bisschen zu entspannen. Das ist das Bedürfnis. Ich möchte ein bisschen Ruhe haben, zu mir kommen, nicht fokussiert denken müssen, um ein bisschen in die Entspannung zu kommen. So, das ist das Bedürfnis, was sozusagen hinter der Entscheidung steht, faul zu sein. Und dann kommt mein innerer Richter, der eben sagt, oh, du bist faul, du musst mehr arbeiten. Diese nicht sehr angenehme Stimme ist auch nur ein Versuch, meine Bedürfnisse zu erfüllen, beziehungsweise darauf hinzuweisen. Und was könnten das für Bedürfnisse sein? Naja, meine Arbeit hat natürlich direkt damit zu tun, dass ich damit zum einen auch Einkommen erwirtschafte, aber natürlich auch ein wichtiger Teil meines Selbstausdrucks ist. Also es ist für mich befriedigend, normalerweise auch dann die Arbeit wirklich zu tun, die mir Spaß macht. Aber ich denke, hinter dem Faulseil steckt vielmehr auch Angst, dass es sozusagen dann nie reicht, dass ich so wenig Vertrauen habe, dass ich auch in Zukunft genug Arbeit haben werde. Und das steckt, glaube ich, hinter dieser stark bewertenden Stimme. Also die Themen von ein Stück weit Sicherheit, vor allen Dingen aber Vertrauen. Und wenn ich so mit mir reflektiere und mir das bewusst mache und diese Bedürfnisse wirklich spüre und versuche zu ergründen und zu verstehen, dann hilft mir das, weniger hart mit mir umzugehen, die Zeit auf dem Sofa dann auch zu genießen, weil ich dann hoffentlich sagen kann, naja, jetzt wenn ich heute mich ausruhe, bin ich morgen kreativer, hoffentlich, weil ich erholter bin. Und selbst wenn nicht, dann muss ich eben lernen zu vertrauen, auch wenn ich nicht immer topfit bin. Das ist die Art, wie ich versuche, mit Bedürfnissen umzugehen, wohl wissend, dass das nicht immer einfach ist. Aber dieses selbstmitfühlende Mit-sich-Arbeiten halte ich für extrem wichtig, wenn wir uns mit gewaltfreier Kommunikation oder dem Rosenberg-Modell, wie ich es ja mittlerweile häufiger nenne, umgehen wollen und die Methode auch integrieren wollen. Und diese Art der Selbstmitfühlsamkeit können Sie auf alle Bereiche anwenden, wo Sie unzufrieden mit sich sind oder wo Sie einen Fehler gemacht haben, wo Sie etwas verändern wollen, was Ihnen nicht gefällt, ich sage mal, mit Rauchen aufgehören oder anderen schlechten Angewohnheiten wie zu viel Weihnachtsplätzchen essen. Naja, Sie wissen, was ich meine. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Adventstürchen wieder. Alles Gute. Dringlicher Dringlicher Untertitelung des ZDF, 2020